Willkommen zurück zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Heft Nummer 1 haben wir fertig. Und jetzt fangen wir mit Tüte Nummer 3 an und machen die nächsten Randstücke, sag ich mal, für Hemd dran. Okay, das geht. Ich hole euch mal wieder ein bisschen ran hier. Das wegrenken. Und wieder Figuren. Oh ja, ich darf ein Männchen bauen. Und Tötchenköpfchen. Was? Tötchenköpfchen? Tötenköpfchen. Töten? Was ist los mit dir? Nichts. Ich werde dich umbringen. Ich habe es immer gemacht. Tötenköpfchen. 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 Ähm, du hast dich zufällig gegen Umhang gesehen. Dieses Ritter-Dinger. Den habe ich eigentlich auch hier reingetan. Eigentlich. Also bei der Figur ist das jetzt nicht so tragisch. Ist ja auch grau. Kann der leicht untergehen. Ja, richtig. Boah, schlau, mir fehlt meine Rüstung. Boah, da werde gleich stinkig. Boah. Seine Rüstung fehlt doch noch, ja. Ja, sie ist ja nun mal nicht da, mein Freund. Hahahaha. Deswegen sage ich, ich setze erst mal so zusammen, dann ist er vielleicht in einer anderen Tüte gelandet. Wie so vieles andere. Ähm, ja. Das ist eben das Problem, wenn man das nicht original verpackt hat. Sondern schon aufgebaut hat. Trotz alledem ist die Wahrscheinlichkeit alles zu finden bisher doch recht hoch. Es fehlt bisher nur ein kleiner grauner Stein. Hier so ein Ding, der fehlt. Aber gut. Soll man sich abschrecken? Kriegen wir hin. Nächstes Mal passe ich da noch besser auf. Nächstes Mal wird es protokollieren. Man muss es nicht schreiben. Sie sind schon zusammen. Du bist das anbauen, nehme ich an, oder? Ja, da bin ich schon. Ach, da kommt ein Totenkopf rein. Da kommt ein Totenkopf rein. Wer ist denn das? Das... Ist ein Tote? Weiß ich auch nicht, wer das ist. Hat sich mir nicht vorgestellt. Ich glaube, es geht aus dem Film hervor, welcher Charakter das sein könnte. Nee, geht nicht. Voldemort oder so. Andere... Andere... Spin-Offs. Genau. Spin-Offs. Merkwürdiger Bau irgendwie, ne? Ja, weil das ist so die Zufahrtsstraße sozusagen davon. Also das hier. Geht es nur in die Kurven rein? Das ist ja merkwürdig. Bei Lego gibt es ja keine Kurven. Nee, gibt es nicht. Ich muss keinen. Hast du den grünen, der jetzt überall mitte hier liegen, oder? Den habe ich da extra beiseite. Okay, alles klar. Extra beiseite. Und ich hast vielleicht noch mehr Grüne über. Das wäre sehr doof. Nee. Ja, ich kann gerade nicht viel tun, das ist ein Ein-Mann-Job hier. Ja, da kannst du mir echt nicht. Nee. Ja, bei manchen ist das leider so. Kann man nicht helfen. Aha, aha, aha. Vielleicht dir immer die Legosteine vorbereiten, die man für... Aber das ist auch doof. Selbst das ist wenig sinnvoll. Ja, sag ich ja. Auch doof. Ja. Ähm... Flacher Dreier. Schon wieder ein flacher Dreier. Der hat so viele Dreier, der Mann. Ja. Der kommt nicht zu. Du, 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 du. So, das kommt dann außen. Genau. So, das haben wir. So, jetzt kommt der. Mit schwarzem, grauem, flachem, grauem. Einer. Wo ist er? Ja. Ja. Hier auf. Da. So. Die hast du? Ja, ein bisschen was halt. Ja, sehr gut. Ja, ich hab was richtig gemacht. Ich freu mich. Du und Anerkennung. Fitt hast. Ja. Ein bisschen was. Ach so, kurz vor Weihnachtszeit nochmal. Ja. Wenn ihr zu Weihnachten was geschenkt gekriegt habt, wartet zu lange, bis sie online sind. Und dann wollen wir auch die erst zusammen. Ich glaub, es ist schon bald Ostern. Ja. Bis das komplett online ist. Das stimmt. Ja, ich glaub, Mitte Februar ist sehr wahrscheinlich. Bis alles online ist, kann gut sein. Und dual bauen dann mit uns. Wir haben ja, warte mal. Davon, glaub ich, noch zwei. Dann haben wir die acht von den anderen. Das ist ja schon Februar. Oh. Ich glaub, Ostern könnte auch bei den Gruppen. Ach, herrlich, ja. Ja, wir wollen's ja nicht übertreiben. Wir machen immer so ein bisschen was. Ja. Weil jeden Tag was online stellen, dann dürften wir mit Baum gar nicht mehr aufhören. Ja, das stimmt, ja. Wöchentlich ist schon ganz gut. Ich hab auch noch keinen gehört, dass ich beschwert habe. Muss doch mal öfter was. Ja, dann ist ja gut. Dann nur noch gegen Bezahlung. Dann können wir nicht mehr arbeiten gehen. Dann sind wir nur noch am Bauen. Als Beruf würde ich das schon cool finden. Ja, es gab einen... Ja. Da ist noch ein Kind-Tinneter, der durch Lego in Amerika, durch solche Videos, Millionär geworden ist. Ja, das ist ja auch noch der hier. Ah. Man kann's halt drauf wegklacken. Cool. So sah das aber letztens, als ich das sah... Doch, sah auch so aus. Doch, da an dem Weg kann ich mich auch an. Ja, der war auch so schräg. Auch so schräg. Ja. Und den Burschen hier. Und den Burschen hier. Genau. Ach, sowas liebe ich ja. Weil man so gar keinen Gegenhalt hat, ne? Ja, da ist ja gar keinen Anhaltspunkt. So, bisschen Grünzeug. Dann brauche ich so eine Rutsche hier. Echt, Mann. Mich ziehe hier voll ein in mein Bauprojekt. So, jetzt soll ich das rumdrehen, sagt er. Ich habe doch nur das Grünzeug hergegangen. Ja, 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 ja. Ganz aber umblättern, ja. Eins, zwei, dreimal Grünzeug. Wir haben nur zweimal Grünzeug. Ja, richtig. Ähm, da. Meins. Ach, war ja Schneider. Verdammt. Ups. Das kommt auch rein. Der grünert Gaumen. So, dann machen wir das mal hier hin. Der war ich nicht. Und das noch nicht. Der kommt dann mal hier hin. Jo, das war das schon. Okay. Das sieht immer so strange aus. Das ergibt dann erst im gesamten einen Sinn, nicht? Ja. Das ist richtig. Oh, der da hin. Ja. Ja, da. Daneben. Ähm, Moment. Moment, Moment, Moment. Dann ist der aber falsch. Genau. Der kommt erst später. Du kommst ein bisschen davor, genau. Richtig. Und dann kommt der daneben. Ist das richtig so? Ja, ja. Okay. Wenn du das hast. Und der kommt eben da hin. Nee, eben nicht. Geh weg. Dann machst du das wieder falsch. Dann machst du wieder alles kaputt. Der kommt nicht hin. Mach das doch richtig. Stimmt. Wenn du die schon einmischst, dann machen sie es richtig. Dicker 4er. Oh, ein dicker 4er, flacher 3er. Was ist los heute? Ähm. Ach so, ist der. Grünzwack? Woher? Ist da alles drauf? Ist alles drauf? Drei mal Grünzwack. Hier die 4er noch. Ist alles da? Dann ist es da. Dann ist es da. Dann ist mal Flügel. Ja, die Flügel. I want to get away. Hä? Kommst du denn jetzt darauf? Weiß ich auch nicht. Ich habe manchmal so musikalische. Hast du es bei Karaoke schon mal gesungen? Nee, ne? Nee. Hast du jetzt einen Auftrag? Das stand, das fehlt. Hat er bestimmt auch im Report schon. Hat er, hat er. Hat er. Hat er. Hat er. Hat er. Und jetzt sehe ich die größte. Ach so. Dann ist es so hin. Nein. Ja, vom Blick. Ich sehe das so, wie ich das sehe. Okay. Ja, okay, okay. Und wenn du das jetzt rumdrehst, leg ich das wieder anders und bau die Sachen woanders hin, wo sie sollten. Das ist nicht gut. Alter. Alter. Ja. Wo ist denn der Flache hier? Ich helfe doch mal. Ich will doch mal spielen. Genau. Ich will doch nur spielen. Copyright. Ja. Schon ist das Video gesperrt von YouTube. Dankeschön. Nicht dafür, gerne. Wir lassen uns von der Game aber nie erpressen. Dann kippt das Video halt nicht. Dankeschön. So, den Rest hast du schon? Nee, da hinten fehlt noch was. Also die beiden, ne? Einen habe ich schon, den anderen nicht. Ganz schön. Gravont. Jetzt kommt die Coole. Coole, jetzt geht's ab hier. Das brauche ich noch nicht mal. Nee, du brauchst die Flachen. Die Flachen. Ich brauche einen Flachen, Mann. Yeah, yeah. Das ist falsch, Mann. Yeah. Das ist richtig. So geht das voll ab, ey. Ich brauche aber noch mehr davon. Ich brauche doch noch die anderen rein. Die müssen nämlich genau da hin. Ja. Ja, doch. Jaja. Ich darf mich dann dazwischen quetschen. Ja, genau. Richtig. So muss das sein. So muss das sein. Die hast du schon. Komm jetzt diese Burschen hier. Ja, schon wieder ein Leiter. Ja, ich brauche schon mal. Wolltest du mitmachen? Ja, ein bisschen. Hast du so gedacht? So ein bisschen, ne? Hast du so gedacht? So ein bisschen. Helfen. Lass mich doch machen. Wir müssen doch nach innen und nicht nach außen. Boah, Leute. Aufpassen. 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 Next. Genau. Oha. Jetzt wird zu locken. Das sieht kompliziert aus. Ist es aber nicht. So, die drei. Dann kommt ein Fenster. Mich würde mal interessieren, wenn die solche Sachen planen bei Lego, wann und wie die entscheiden zu sagen, okay, wir brauchen jetzt ein spezielles Teil oder irgendwas extra, was es in dem Reporteur von Lego noch nicht gibt. Hm. Das würde mich interessieren. Das wäre sehr interessant, ja. Es gibt ja dieses Lego-Idea-Zentrum da. Naja. Aber sag mal, man hätte jetzt hierfür auch einen speziellen Stein entwickeln können, sage ich jetzt mal. Aber die haben sich für etwas anders entschlossen. Dass man nicht halt, ne? Ab wann sagen die, wir machen... Dafür lieber einen speziellen Stein anstatt so viele Einzerteile. Genau. Wahrscheinlich können die das im Computer eingeben, denn wenn der Computer sagt, wir zu teuer, dann machen sie einen extra Stein drauf. Dann sind wir da auch durch, ne? Ne, jetzt wird es höher, ne? Also, wir haben nur eine zweite Lager drauf. Okay. Die ist ja genauso. Die ist genauso. Genau. Die Zeit höher wird. Nur, dass ihr eben jetzt grüne Steine auch habt. Ne. Du hast einen grünen, ich nicht. Ich hab einen grünen. Ja. 3 €. Dann kommt er noch. Oh nein. Folgeidge.... Unterscheid an. Fahllsch. Fahllsch. Fallsch. Fahllsch? So, die haben wir schon zusammen, die gehören eigentlich auseinander. Ja, nee, die hat dich zusammen gelassen. Ich zeig's ja nur. Ich zeig's ja nur. Ich zeig's ja, ich zeig's ja. Ich finde, dass das ist лес lingchi. Jetzt erklärt. Findest du? Ja. Du hast also deine eigene Vorstellung. Scheiße, warum passt das hier nicht? Ne, das kann ja da gar nicht drauf passen. Ja doch, kommen wir hintereinander. Dann müssen wir es so machen. So. Genau. So passt das, dann kommt da noch so ein Ding hier rein. Und dann wieder so ein Klötzken. Genau, danke. Ja. Dafür fehlt bei dir das Klötzken. Oh jo. Kein Komisch. Nur Komisch. Ne, echt mal. Ja. Ich hab schon. Die Balustrale kommt jetzt. Mhm. Damit da auch die Püppchen da draufsteigen können. Die Püppchen. Ja, die Lego-Figolden, okay. Die Püppchen. Püppi. Das ist ja schade. Boah, jetzt will ich mir mal was zeigen hier, wa? So. Da können wir nochmal Romeo und Julian draufspielen. Nein. Da wird Krieg gespielt. Hier wird Krieg gespielt. Putin gegen Obama. Ja. Merkel gegen Putin. Alle gegen die Deutschen. Alle gegen die Deutschen. Das hatten wir schon. Ist nicht gut in der Auflage. Das brauchen wir auch nicht nochmal. Das sagst du so. Ich möchte wissen, es gibt einige Politiker im Kabinett, die sagen, der deutsche Wirtschaft wird der Krieg mal wieder gut tun. Ja. Das gibt es bestimmt. Ja. Wirtschaft lässt sich den Krieg nochmal ankurbeln. Das ist leider ein... Leider ist das so. Du wirst lachen, wir brauchen den Grünen Einer. Ja. Ja, cool. Da. Ist vielleicht doch nur die falschen Tütchen gelandet. Ja. Warte mal, der bleibt doch, der bleibt doch frei, so. Mhm, der bleibt da noch frei und dann... Die Seite hast du schon? Mhm. Gut. Seite 3 kommt die 1. Ja, also nur einen vertauscht. Wahrscheinlich. Bis jetzt. Hallo. Bis jetzt. Bis jetzt. Wir bleiben optimistisch. Achso, da kam doch noch einer hin. Ja, da kommen die Flaggen drauf. So, was hast du da jetzt noch? Ja, ja, das ist... Warte. So, jetzt kommt jetzt auf der nächsten Seite. Schaut doch. Dass das jetzt verbunden wird. Ah, ja, cool. Sollen wir es direkt dran machen? Ähm, ja, tschau. Warte, ich hole das mal ein Stück zurück, dann kann man sehen, was wir machen. Ja, ja. Da das ja eigentlich alles Einzelteile sind. Das kommt an der Tür, genau. Das kommt hier rein, zack. Und dann kommt hier der Dreier drauf, zur Stabilität. und der Flache. Da hin? Nee. Nein, nach hinten. Nein, nach hinten. Und so ist es verbunden. Geil. Ja, dann haben wir dieses Stück jetzt gemacht in dem Part. Ja, und natürlich die Treppe. Ach ja, die Treppe. Stimmt. Nach oben. Schick geworden. Das war Türchen Nummer drei. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hui. Ciao. Tschö. Schick. Na gut. Schwick. Schick. 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 arto.